Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Heute wird es wieder darum gehen, wir werden heute eine Folge Community-Fragen drehen. Ihr habt im letzten Stream fleißig Fragen gestellt und die werden wir heute beantworten. Eigentlich wollte ich ein Projektvideo hochladen dieses Jahr, ich bin aber leider noch nicht fertig geworden. Dementsprechend wird es das Frage-Antwort-Video. Ich bin aber auf jeden Fall dran. Erste Frage, gibt es ein Barbecue? Also ursprünglich geplant war ja mal ein Barbecue, beziehungsweise ein zweites zu machen. Es gab ja schon mal vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, habe ich ein Barbecue gemacht. Das wurde auch eigentlich ganz gut angenommen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich noch mal eins mache. Also ich würde wahnsinnig gerne eins machen. Das Problem ist einfach nur, das alles abzuklären. Die Veranstaltung, wo erstmal ist natürlich der Punkt, dann alles abzuklären. Bei mir in der Halle geht es nicht, der Vermieter würde ausflippen. Deswegen Barbecue setze ich aktuell noch aus. Ich kann mir sowas mal vorstellen, dass man sowas am Wörthersee oder sowas macht. Aber tatsächlich, so eine eigene Veranstaltung, da glaube ich, ist die Community noch zu klein tatsächlich. Caddy, Pick-Up-Projekt. Ja, Pick-Up-Projekt, ja. Schaue ich mir oft an, wenn ich in der Halle bin und denke mir, okay, so könntest du weitermachen, so könnte es weitergehen. Aber tatsächlich ist es so, dass mir ein Haufen Material fehlt und ich vor allem selber alleine das Wissen nicht habe. Tut mir natürlich wahnsinnig leid, dass das so ein bisschen, ja, dass so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in die Vergessenheit geraten ist. Bei mir auf keinen Fall. Aber das ist ein bisschen an der Umsetzung, ja, Umsetzung würde ich fast sagen, dass da ein bisschen dran hapert. Ich bin aber dran, hoffentlich können wir dieses Jahr dann anfangen, ihn wieder zusammenzusetzen. Das wäre cool. Habe ich aber natürlich nicht vergessen. Steht eigentlich ganz, ganz oben auf meiner Liste. Aber, wie gesagt, es hilft nichts, wenn ich da irgendwas zusammenbrutzle, weil ich selber hatte in Erinnerung nie einen Schweißerkurs oder irgendwas. Deswegen muss das schon Hand und Fuß haben, dass das passt. Zweite Folge BAS TNG Inside. Die erste Folge kam ja eigentlich relativ gut an mit Philipp. Dummerweise ist natürlich jetzt Philipp auch nicht mehr da. Also die Halle von Philipp, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, in der Halle ist er nicht mehr. Dementsprechend ist es auch schwierig und ich glaube, allein macht es wenig Sinn, so eine Folge zu drehen. Ich könnte mal mit Franny reden. Vielleicht wäre das ganz interessant, so auch ein bisschen nähere Einblicke von wegen zu Hause, Autoteile rumstehen und so und was sie dazu sagt und sonstiges. Sowas könnte man machen, muss ich mal mit ihr sprechen. Vielleicht, dass man da irgendwie tatsächlich was drehen könnte. Habe ich auch nicht vergessen, steht auch noch auf meiner Liste Folge 2 drehen, aber im Moment weiß ich nicht über was. Und das Problem ist, Folge 1 hat sich schon extrem lange gezogen zum Drehen tatsächlich. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Mal schauen, ob wir das nochmal machen. Also ich hätte Bock, aber wie gesagt, da muss halt wieder ein Konzept her, dass das Video am Ende halt, dass halt auch irgendwie so eine Story entsteht. Pläne für dieses Jahr, wo siehst du dich? Pläne ganz ehrlich, weitermachen. Also es gab natürlich irgendwie im letzten Jahr auch ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, hm, weiß ich nicht. Gerade jetzt dann auch mit Steuerberater und sowas hat letztes Jahr los war. Das war schon, das hat mich lange, lange belastet. Also ich würde sagen, gute zwei Monate. Habe ich aber tatsächlich wieder in den Griff bekommen. Es ist alles in Ordnung. Es passt alles. Und ja, wo sehe ich mich? Keine Ahnung. Wenn ihr es jetzt in Zahlen ausgedrückt wollt, würde ich gerne dieses Jahr die 20 Millionen Aufrufe insgesamt voll machen. Sind wir jetzt irgendwo bei 18,6. Da sehe ich aber weniger das Problem. 45.000 Abonnenten wären schön. Aber was noch viel schöner wäre, wäre tatsächlich, wenn wir das echt mal ein ganzes Jahr durchziehen könnten, hat ja schon mal super angefangen im Jahr, dass wir sagen, okay, wir machen tatsächlich Mittwochstutorial, Samstagprojekt. Wenn wir das durchziehen, das wäre eigentlich tatsächlich mein größter Wunsch für diesen Kanal dieses Jahr. Wobei erste Woche, neues Jahr, habe ich schon mal richtig reingeschissen, wenn man das so sagen kann. Wörthersee, welche Veranstaltungen messen bist du? Wörthersee bin ich tatsächlich am überlegen, je nachdem, boah, weiß ich nicht. Wörthersee letztes Jahr im Mai war jetzt nicht so krass besucht, muss man sagen. Reloaded war ich gar nicht, weil ich mir gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ja, Wörthersee an sich hätte ich wieder Lust, wenn es eine offizielle Veranstaltung gibt und die Leute uns da haben wollen. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Hat man in den letzten zwei Jahren gemerkt, wollten sie dann doch nicht mehr so. Kann ich auch mit leben, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr schade. Wörthersee für mich war immer Teil Urlaub, Teil Arbeit. Aber halt wirklich, wirklich eine super Zeit, wo halt wirklich alle Leute auf einem Platz versammelt sind. Das finde ich super. Das würde ich vermissen, wenn es nicht mehr geben würde. Ansonsten Late-Night-Veranstaltung bin ich hundertprozentig. Dann Essen Motor Show dieses Jahr ist wieder eingeplant. PS Days würde ich mir gerne mal ansehen. Viele von euch haben gesagt, Veranstaltung war gut. Würde ich mir auch sehr gerne mal ansehen. Ansonsten so Treffen wird halt spontan. Bei mir ist halt immer das Problem, dass die Kisten nicht fertig sind. Deswegen kann ich auch die ganzen Treffen nicht anfahren. Das ist halt immer das größte Problem. Aber schauen wir mal, was dieses Jahr geht. Wie geht es dir? Mir geht es aktuell eigentlich ganz gut. Ich ziehe jetzt zum zweiten Mal tatsächlich meine 30 Tage ohne Alkohol-Challenge durch. Wie auch immer. Viele von euch wissen es ja, dass in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen extrem mit Alkohol geworden ist bei mir. Dementsprechend habe ich mich jetzt wieder mehr oder minder auf Diät gesetzt. Also ich mache so ein bisschen Diät und trinke auch. Ich glaube, heute ist der sechste Tag ohne Alkohol. Ansonsten mir körperlich geht es eigentlich ganz gut. Ich bin fit soweit. Im Moment ist natürlich wegen den Feiertagen noch so ein bisschen das Problem, dass ich Motivationsprobleme habe, dass ich nicht aufstehe und sowas. Aber ich hoffe, das wird jetzt Ende Januar, spätestens Ende Januar wesentlich besser, dass es auch wieder mehr geht. Aber so, ich hoffe, ich konnte es beantworten. So geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden. Alles gut. Neue Projekte 2023. Meiner Meinung nach haben wir aktuell genug Projekte, glaube ich. Es steht genug rum, was mal irgendwie angefangen gehört, was fertig gemacht gehört und Sonstiges. Dementsprechend ist jetzt so nichts Neues für dieses Jahr geplant. Es gibt ein Ding, was geplant ist. Das ist mit Franny ist das geplant. Für 2023, da geht es aber um Tutorials. Also das wird ein Fahrzeug, das kaufen wir für Tutorials. Wenn Glück schon mit dem passenden Motor. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber so an sich soll es, ja, es ist schon was geplant. Aber wie gesagt, ich weiß ganz genau, wie viel rumsteht und wie viel gemacht gehört. Dementsprechend ist jetzt, ich sage einfach mal, nein grob. Außer eins. Was wird aus dem zweiten Kanal? Sehr gute Frage. Ich habe jetzt aktuell ein paar, ich glaube zwei Folgen, Need for Speed ist neu hochgeladen. So ein Let's Play habe ich hochgeladen. Ich werde euch den Kanal mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Würde mich freuen, wenn ihr da ein Abo da lasst, wenn ihr Bock habt. Da soll ein bisschen mehr kommen. Ich bin jetzt seit tatsächlich drei, vier Wochen, ist Kaufi und ich dran. Also Patrick, kennt ihr ja auch von früher noch, auf dem Kanal. Mit ihm war ich ja auch am Wörthersee. Sind wir jetzt dran, gerade eine Dart-Plattform zu bauen, wo Leute kostenlos Dart spielen können. Online, mit oder ohne Webcam und sowas. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter euch irgendwie begeisterte Dart-Spieler, Stil-Dart-Spieler oder sowas, die da Interesse dran hätten. Ich aktuell spiele aber gerne gerade Darts. Vielleicht werde ich da ein bisschen was hochladen auf den zweiten Kanal. Ich weiß nicht. Den zweiten Kanal wollte ich eigentlich für so ein bisschen Einblicke und so und sowas eigentlich machen und nutzen. Aber es ist natürlich so, bevor ich auf dem zweiten Kanal ein Video produziere, muss natürlich erstmal der erste Kanal so produziert werden, beziehungsweise so geplant werden, dass da regelmäßig die Videos kommen und dann kann ich mich auf den zweiten Kanal konzentrieren. Das ist natürlich immer noch meine Hauptsorge mit dem zweiten Kanal. Der ist aber nicht vergessen. Also der ist nicht vergessen. Der soll auch, was heißt wiederbelebt werden, der soll auch zuverlässiger geführt werden. Ist auf jeden Fall in Planung für dieses Jahr. Steht auch auf meiner To-Do-Liste drauf. Irgendwas mit anderen YouTubern geplant? Tatsächlich so an sich nichts, was jetzt im Vorhinein ausgemacht wird. Es wird bestimmt mal den ein oder anderen Roadtrip irgendwo hingeben, dass man mal sagen kann, okay, da fahren wir mal hin, den sehen wir mal wieder und Sonstiges. Viele Kollegen habe ich auf der Essen-Motorshow getroffen, hat mich auch sehr gefreut. Ich war beeindruckt von Marien Stand, muss ich sagen. Also Wahnsinn, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Ansonsten auch Maeve habe ich wieder gesehen. Mari habe ich zum ersten Mal gesehen. Hagen und Sonstiges. Also so an sich. Essen-Motorshow war cool. Mal wieder alle gesehen. Aber es kann sein, dass dieses Jahr was kommt. Fest geplant ist aber tatsächlich nichts, wo man sagt, okay, das wird jetzt hundertprozentig stattfinden oder so. Ist nichts geplant. Letzte Frage. Zeig mir dein Projekt. Kommt wieder. Zeig mir dein Projekt. Soll auf jeden Fall wieder kommen. Ich habe letztes Jahr gegen Herbst, habe ich schon angefangen, Leute anzuschreiben. Wegen Terminen und Sonstiges. Für die Leute, die sich jetzt fragen, okay, ich habe ihnen geschrieben, dass wir das machen und Sonstiges. Falls das jemand sehen soll, das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe die Termine noch nicht eingetragen. Beziehungsweise haben wir noch keinen richtigen Termin gefunden. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment keinen zuverlässigen Daily habe, mit dem ich von A nach B fahren könnte, mit dem ich halt einfach mal 400 Kilometer runterreise und weiß, ich komme auch an. Deswegen habe ich das ein bisschen ausgesetzt. Zeig mir dein Projekt. Das ist aber für diesen Kanal unentbehrlich meiner Meinung nach. Also das sind wirklich Folgen, die immer sehr, sehr gut bei euch ankommen, die auch immer sehr gut geklickt werden. Deswegen wird diese Serie nicht wegfallen. Die werden wir dieses Jahr definitiv mehr durchziehen. Qualitätstechnisch auch höher. Da habe ich auf jeden Fall schon Pläne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend und Nacht. Wenn ihr immer das Video seht, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ich werde jetzt noch zwei, drei Darts werfen. Vielleicht treffe ich zufälligerweise vor der Kamera meine erste 180. Das wäre es. Vielleicht gibt es Leute, schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht daran Interesse habt an so einer Plattform zum Beispiel. Dann würden wir das auf dem zweiten Kanal austragen, wo ihr dann beispielsweise auch mal ausgemacht gegen mich spielen könnt oder sowas. Das würde mich auf jeden Fall mal freuen. Die Plattform besteht schon. Wir spielen auch schon länger drauf. Gibt es theoretisch auch online. Aber ich werde euch keinen Link oder sowas schicken, weil es ist noch in der Alpha bzw. Beta wäre ja schon veröffentlicht und so. Deswegen ist eigentlich noch Alpha-Phase im Moment. Immerhin eine 120. Ich muss auch fairerweise zugeben, ich glaube, ich habe jetzt fünf Versuche oder so für die 120 gebraucht. Geht besser. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Wenn ihr immer das Video seht, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.